Pineapple Works Wet Limp Studio Wise of Insanity Ich habe nicht eine große Ahnung, was mich erwartet. Das soll ein Psycho-Horror-Spiel sein, in First-Person-Ansicht. Ich bin gespannt. Ich dachte mir, einfach mal reingucken und dann mal gucken. So einstellen, dass dieses Zeichen kaum sichtbar ist. Ah, okay. Jetzt sehe ich ein Zeichen. Bis eben hier auf dem Fernseher nicht gesehen. Jetzt sehe ich es gerade so. Okay, fortsetzen. Warum kann ich hier nichts einstellen? Ach, da. Ähm, ah, okay. Falschen Stick benutzt. Also, ich habe versucht einen Steuerkreuz hier zu einstellen. War eine doofe Idee. Okay. Ähm, was können wir denn alles einstellen? Wir haben Sprache, schon mal Deutsche, schon mal gut. Untertitel machen wir mal ein. So. Lautstärke, Virtual Headbobbing, erstmal nicht. So. Grafik. Da können wir halt die, die Helligkeit hier einstellen. Und Steuerung. Okay. Dann fangen wir mal an mit einem neuen Spiel und gucken mal, was da kommt. Dieses Spiel enthält Horror-Szenen und Jumpscares-Nator. Menschen mit einem schwachen Herz und Epilepsy sollten dieses Spiel, äh, meiden. Okay. Zeichen für mich? Äh, das Ding leiser machen. So. 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 Bisher habe ich so ein gewisses Retro-Feeling. Schwarz-Weich-Film und... Okay, sind wir jetzt in dem Film drin, ja? Sagen wir Dracula Hallo und den Vögeln. Okay, dann sitzen wir in einer Art Büro, können uns hier erstmal ein bisschen umgucken. The patient's data. Edward. 41 Jahre alt. Day, September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well. As well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with this case, but it's too early for the detailed diagnosis. Okay. So, da haben wir noch Schubladen. Mit Zeug. Okay. Was ist das? Text? Äh, Y da. Patient Edward. Erstens, erste Befragung. Zweitens, erste Diagnose. Drittens, neue Therapie testen. Und viertens, auf das Ergebnis warten. Ich muss ja grad gucken, wo Y ist. Denn ich spiele das Spiel hier auf der Nintendo Switch. Dieses Spiel ist auch verfügbar für PC. Per Steam. Und... Ja. Auf Nintendo Controller muss ich jedes Mal wieder gucken. Wo ist denn das Y? Wo ist das X? Ich... Äh, Nintendo Controller. Ich komm damit nicht klar. Was haben wir denn da? The Breed and Birds Taxidermy. Das ist die Brut und... Geflügelsucht und Reproduktion. Ah, okay. Von Richard Birdman. Natürlich Birdman. Zu deinem siebten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Steven. Papa. Okay. Was ist das? Gucken wir mal, was wir noch so finden. Ja, diese... Ja, nicht Rohrschacht-Tests, aber halt so... Ja, was dann finden sie denn auf diesem Bild? Ich sehe... eine Ballmaske. So, hier kann ich nichts aufmachen. Hier aber. Ball. Passt zur Ballmaske. Hahaha. Hm. Was ist das? Ein Foto. Aber die Augen der Frau sind ausgeschwärzt. Okay. Dann machen wir mal den Schrank auf. Ich habe gerade irgendwie ein Lachen gehört. Und überall stehen diese... diese Gesichter. Warum? Was hat das zu bedeuten? Ein Queetschehändchen. Hallo Queetschehändchen. Das liegt schon ein bisschen länger hier. Fick, fick! Okay. Gehen wir mal durch die Tür. Wups. Ja, ich gehe mit Absicht zu langsam. Können wir alles durchsuchen, ne? Warum denn nicht? Ein Spielzeugauto. Mit... dem Flash-Symbol vorne dran. Es ist Flash-Mobil. Ach nee. Besser nicht. Hallo? Das ist natürlich so Absperrband. Von der Polizei. Dr. Dowell launches his new experimental treatment method. Er testet seine neue experimentelle Behandlungsmethode aus. Okay. Okay, da geht es runter. Do not cross crime scene. Was ist passiert? Kann ich irgendwie schneller laufen? Ja, kann ich. Muss halt nur die Tasse dafür finden, dann geht das. Gut. Dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Musik hat auch aufgehört. Ein Hof, ne... ne Schere. Hier haben Musik gespielt wieder. Hier ist ein Zepp- Okay. Ich finde es zumindest so grob, was hier passiert ist. Dann ist halt jetzt nur die Frage... ...Wat und wie und warum. Okay, ist ein Notenblätter drin. Hier auch Madness-Symphonie. Die kenn ich nicht. Weitere Notenblätter. Okay, hier... Das Crime Scene Band durchbrochen quasi. Da ist jemand durchgegangen. Wahrscheinlich... Unrechtmäßigerweise. Und das ist der einzige Weg, den wir jetzt gehen können. Dann gehen wir da auch mal rein. Hallo? Erstmal Lage sichern. Das hier sehe ich hier nichts. Da ist ein Zettel. Name des Schülers? Theodor Dovel. Englisch 2. Mathematik 1. Naturwissenschaft 1. Sport 2. Ethik 1. Unterschrift des Erziehungsberechtigten Susan. Susan Dovel. Daul. Okay. Kind und Mutter war ermordet, ne? Honey! Please turn off the TV. It's gonna be stormy. Und das sind jetzt wahrscheinlich noch die Stimmen von... der Frau, die ermordet wurde. Was ist das? Sweetheart, remember that you are on duty today. Schatz, vergiss nicht, dass du heute Dienst hast. Schön. Damals, meiner Zeit, hatte ich immer Dienst. Der Fernseher ist einfach an. Jetzt nicht mehr. Da liegt noch ein Brief. Ich dachte, da wäre halt jetzt noch irgendwas, wenn ich jetzt den Fernseher wieder anschalte. Das Telefon bimmelt. Was haben wir denn hier? Sehr geehrte Frau Dovel. Ich möchte sie daran erinnern, dass sie mir freie Hand über einen Teil des Gartens gelassen haben. Daher habe ich mich entschieden, dort Dahlian zu pflanzen. Die gut zu den Waldreben passen. Ich habe alles mit weißem Mohn umgeben. Es wird ihnen gefallen, Edward. Oh Gott. So, wo bimmelt denn hier das Telefon? Das Tele-Bimm? Da. Ein Dach. Möglich. Ein anderer Raum. Ähnlich aufgebaut. Was haben wir hier? Ja. 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 Okay. So, halt nur übliche Büro-Utensilien. Was steht hier? Es steht noch nicht fest. Bitte kommen Sie in die Leichenhalle, um bei der Identifizierung zu helfen. Das ist eine ganz andere Schrift, als das, was wir zuvor gesehen haben. Leichenhalle. Ah, das klingt ja toll. Lieber Apoem, entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Mir fehlte durch meine Familie und meine Arbeit einfach die Zeit. Ich hoffe, dir geht es gut. Wie geht es deiner Frau Bertha? Ich habe hier einen Fall mit einem Patienten, Edward, verwischt. Äh, Herr Edward verwischt? Hallo, guten Tag. 41 Jahre alt. Er sagt, er hätte sowohl Schlafprobleme als auch Schwierigkeiten mit seinem Gedächtnis. Ich habe kleine Tics beobachtet. Manchmal zuckt er abrupt mit dem linken kleinen Finger. Er hat mir von seinem Albtraum erzählt, der ihn beschäftigt. Es ist der einzige Traum, an den er sich erinnert. Er sagt, er versuche dort seine Frau und sein Kind zu töten. Dazu kommt es jedoch nie, da er stets vorher aufwacht. Seltsam ist, dass Edward ein Junggeselle ohne Kinder ist. Was hältst du davon? Meiner Meinung nach ist dies der Anfang einer Schizophrenie oder einer Persönlichkeitsstörung. Aber du hast mehr Erfahrung in der Psychopathologie. Mit besten Grüßen, Steven Dowell. Okay, das ist eine große Waage. Gut, hier noch irgendwas am Mantel? Nein, dann würde ich sagen, geh mal raus. In die Leichenhalle, in die Leichenhalle. Wo geht's hier zur Leichenhalle? Ist auch teilweise ein bisschen dunkel, ne? Ich hab auch keine Taschenlampe. Warum auch? Taschenlampen werden völlig überbewertet. St. Jonah Hospital. In die Leichenhalle. Musik zieht an. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Ich brauche eine Halle meistens im Keller. B1, Basement 1. Hallo? Ist aber ein langer Gang. Hätte man den hier nicht mehr beleuchten können? Was ist denn zu viel verlangt? Und da läuft der. Kann ich hier umdrehen und einfach gehen? Das Quietsche, Ändchen. Mensch. Oh, wie ist die Quietsche? Jetzt soll die... Muss es denn unbedingt jetzt quietschen? Kann es nicht quietschen, wenn wir alle Feierabend haben und alles wieder beleuchtet ist? Da ist Text an der Wand. Und aus einer Tür. Ein Schluss zu ihrem Herzen befindet sich dort, wo deine Reise begann. Hallo? Das ist dasselbe wie vorhin. Nur... Verfleckte. Da ist noch was. Und Eisenborn. Mit einem Lächeln. Mehr oder weniger. Okay. Drücke A zum Überspringen. Wahrscheinlich einfach zum Beenden, okay? Brauchen wir eine Kombination. Die ich jetzt natürlich nicht habe. Wo soll ich die hernehmen? Steht wahrscheinlich irgendwo auffällig an der Wand oder so. Ich weiß auch gar nicht, habe ich hier irgendwie eine Form von Inventar oder so? Ich glaube nicht. Zurück gehen ist ja keine Option. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Ich könnte wahrscheinlich benutzen. Aber... Schlüssel zu ihrem Herzen ist, wo deine Reise begann. Wo die Reise begann. Vielleicht dann doch im Büro? Gucken wir mal. Wow. Wow, Alter. Puh. Ja, das ist ja... Ist ja... Ist ja mal voll nichts für mich, ne? Ach, nett, dass die Türen einfach so aufgehen. Das ist ja toll. Okay. Da liegt jetzt ein Zettel. Jemand war hier. Check... ...Eisheit... ...Rum 6. Sehkraft prüfen... ...Zimmer 6. Wo ist denn Zimmer 6? Wo ist denn Zimmer 6? Sind die hier irgendwie nummeriert? Doktor Psychologi. Da ist Zimmer 6. Und gehen wir doch mal da rein. Dach. Einmal Sehtest, wo ich immer durchfalle. Ist aber auch ordentlich hier. Also eigentlich ja nicht. Was haben wir denn da? Mother and 7-year-old son murdered. Mutter und 7-jähriges Kind getötet. Yay. Vision can be saved. Schrift. 6, 2, 9. Okay. 6, 2, 9. Dann gehen wir halt nochmal runter. Das wird schon. So. Passiert jetzt hier auch nochmal was. Während ich halt hier langgehe. Ich will da gar nicht hingucken. Ich will das gar nicht wissen. Dein ist auf jeden Fall kein Licht. Doch. Jetzt ist da wieder Licht. Okay. Ja. Jetzt ist kein Licht mehr. So. Hier ist ein 2. Da die 6, die man so schlecht erkennt. Okay. Für den Dach. Da ist ein Licht. Das. Soll einem bestimmt zeigen. So. Hey. Geht rein. Na das ist ja toll. Was liegt denn da? Keine Ähnlichkeit. Okay. 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 Die Leiche ist verschwunden. Hat geklopft. Ja. Dann machen wir mal auf, ne? Hallo. Holy shit. Woah. 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 Okay. Ja. Soviel denn dazu. Alles dreht sich irgendwie um Vögel. Okay. Nein. Ich verstehe nichts. Okay. Also ich muss mich da schon vernünftig durch navigieren, ja? Bin ich jetzt der Vogel? Habe ich die Sicht des Vogels hier, oder? Wie darf ich das verstehen? Ja. Ich hab keine. Wir fliegen einfach. Einfach fliegen. Einfach fliegen. Einfach fliegen. Einfach fliegen. 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 Vögel. Vögel. Einfach fliegen. Das kann schon ausgehen sein. Es kann doch schon ausgehen sein. Ein Teflon. Bitte was? Gewinn eine Kontrolle ihn Jo Und plötzlich sind wir in einem Waldstück Aber dieses Waldstück Werde ich jetzt nicht mehr lang gehen Ja Das reicht mir für ein Angedattelt Ich weiß das ist ein Spiel Das ich wahrscheinlich nicht zu bald spielen werde Ich mein An sich scheint es Interessant zu sein Aber gleichzeitig habe ich ja 5000 Fragezeichen über dem Kopf Was ja nicht schlimm sein muss Ja aber Ich denke mir halt so Es geht halt jetzt erst so langsam Erst richtig los Und dann halt Komplett so Und da ich zu viel Schiss habe weiter zu spielen Beende ich das hier einfach Und bedanke mich bei euch für's Zuschauen Wenn ihr Interesse habt dieses Horrorspiel Selber zu spielen Links dazu sind in der Videobeschreibung Und ähm Ja Ich würde sagen Man hört und stört sich dann Aber gut Ich hoffe euch hat es dennoch irgendwie gefallen Oder Hat irgendwie Geschmack halt drauf gemacht Ob ich das Spiel jemals zu Ende spielen werde Ich hab keine Ahnung Aber Mal gucken Bis dahin Viel Spaß noch Vielen Dank für's Zuschauen Und bis denne Ich bin